und somit jetzt kommt zur nächsten folge shadow of war jetzt kommt was wir heute machen was kann man ja was ist das genau hier ruhe die bild macht und den zorn des einen rings was ich echt mal sehen kann das ist direkt hier bei uns sind wir direkt gespawnt muss oder machen können ach so die mission okay in meinem zorn war ich entschlossen ihn für seine täuschung zu beenden auftrag verlassen ja gut das hat man schon gesehen in folge ich glaube zwei oder drei war das ungefähr dann würde ich sagen machen wir einfach mal die hauptmission weiter so wo ist denn wo ist denn er aus kann ich wieder aussuchen soll hier unten müssen wir was hier machen meine schnell reise ganz schnell 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 reise lustig schwert der herrschaft was das macht mehr schaden aber es hat sich schlechter ich glaube es war da ok das ähnliches besseres ja super oder wo der boge das an plus sechs schaden nehmen wir nehmen wir natürlich wieder mit der sturz kanker erwartet in ihrer letzten vision jetzt schon die letzte vision talion der ring ist verloren aber ich werde meine antworten bekommen kanker mina sit hier steht vor dem untergang wir brauchen den palantir den palantir gab ich dir nicht die sicht über deine feinde das ist ist es doch was du willst nicht wahr ich gewähre dir deine vision doch wie viel bist du bereit dafür zu bezahlen deiner seele davon ist fast nichts übrig ich brauche antworten die Kastamir. Der finale Angriff steht bevor. Der Palantir darf dem Hexenkönig nicht in die Hände fallen. Wir müssen zurück nach Minas Ethil. Jetzt kann er nicht echt sein. Als ob der Typ seine ganz eigene Stadt und seine Tochter verhält. Alter. Sie kommen von der Unterstadt. Wo sind die Schützen? Ich will jeden Mann mit einem Bogen auf dem Wall sehen. General Kastamir, zuck uns ab. Wir bilden hier die Reserve. Wieso tut er das? Wir brauchen jeden Mann. Wo ist Kastamir? Ich muss mit ihm sprechen. Ich auch. Er ist seit Stunden fort. Dieses Geräusch. Das Tor. Entdeckung! Boah. Das wäre doch günstig. Und woher weiß ich, dass wir den jetzt töten müssen? Sie brennen! Holt Wasser! Los! Als ob Sauron einfach selbst drauf sitzt. Eile Schäde. Ah, danke. 10, 19 und 20. Damals geschmückt. Der ist direkt tot, ist doch gut. Nein, nicht drüber, das klappt doch. Okay, das ist der Kraft. Okay, die kann man nicht finishen. Alter, was ist los bei dir, der Wachter? Das wäre schon ein bisschen zurück. Wir ziehen wieder, sonst war's das ganz schnell. Hey. Guck mal, hier sind meine ganzen Truppen, wieso halte ich denn hier vorne? Oh Gott, das wollte ich nicht. Ach, keine Draftatung, ist auch gut. Haben wir auch unsere eigene Mann getroffen. Passieren mal, ne? Die Verstärkung ist hier! Halte den Hof! Wir halten sie hier auf! Was wird der denn jetzt? Ach! Mit viel Glück kannst du fliehen! In einer Stadt, die bald uns gehört! Guck mal. Guck mal mal. Unbeholfen. Kann ergriffen oder zum Reiten genutzt werden. Okay. Der kann ergriffen und zum Reiten genutzt werden. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Okay, super, jetzt sind in seine Leiche geflogen. So, das war's glaub ich schon mit ihm. Ah, noch nicht. So, kurz einen kleinen Headshot, dann war's das mit dem Typen. Und die anderen holen sie einfach ab, weil ihr Boss gestürmt. Ist nur ne Vision von dem. Die Stadt ist verloren! Rette deine Leute! Zieht euch zurück! Die Stadt ist verloren! Du hast uns verraten! Ich tat es für dich, Idril, um dein Leben zu retten. Der Palantir ist bedeutungslos. Ich würde ganz Gondor opfern, um dich zu retten. Was ist mit unserem Volk? Unsere Ehre? Am Tod ist nichts ehrenhaft. Kastamir! Ja! Ja, ich würde! Es war's. Ich habe die Hände. Du wirst mir geben, was du versprochen hast. Ich verlange nur eins. Die Freiheit meiner Tochter. Kastamir, nein! Es steht ihr frei, mit ihrem Volk zu sterben. Die Freiheit meiner Tochter. Vater! So ein Idiot. Und jetzt geht es gegen alle kämpfen, gegen fünf oder sechs Geister. Ah, alles klar. Die Nasko hier. Oh, leil. What the fuck? Oh, Alter. Ich bin ausgewichen. Falsch, Tasten. Nee. Das ist doof, der Controller. Alter. Okay, direkt nochmal. Am Ort wie diesen werden wir uns wiedersehen. Du verirrt und ich ohne Antworten für dich. Ja klar, erneut versuchen. Das ist diese Tasten wieder. Wieso haben denn PC-Controller andere Tasten als der Playstation-Controller? Das macht für mich gar keinen Sinn. Egal, direkt nochmal. Der Hexenkönig wird dich beherrschen. Jetzt hab ich fünf von den Viechern kaputthauen muss. Ich glaube, wir haben voll viele Leben auch. Will ich es nicht gerne ein? Ah, ich dachte schon. Ich fokuste den gleichen weiter. Ah, kriegen wir das schon mal. Alter. Alter. Loi. Zurück in die Dunkelheit Der ist jetzt der nächste jetzt Das ist echt schon krass, was wir hier am Ende machen müssen Erstmal finish in hier So, der ist auch weg Also, wenn man so weiß, wie es geht auf einmal, ist ja gar nicht mal so schwer mehr Kann ich nicht, klappt aber gerade ziemlich gut, du So, der dritte Hals weg So, jetzt wirst du, jetzt wirst du auf die nächste, auf die nächste Krieg Gerne doch Was sind schon fünf Nazcus Leute Wenn man selbst irgendwie ein Halbgeist ist Fuck Okay, jetzt gerade verkack ich ein bisschen So, und verbannen weg mit dir Bei wohl verbannen wir die, sind die dann Oh, oder? Komm wahrscheinlich eh bald wieder Und der letzte 1 gegen 1 mein Freund Bam Ähm Ja, learn to aim, du Ja, so weiter rufen, man Juckt mich nicht Wann, man, man So, der nächste ist weg So, der nächste ist weg Wie er eben gesehen hat Ich spiel auf FIFA Alter, was ist los bei dem? Wasüllt Wtf Beuge dich deinem Schicksal Bche Was ist das? Bringt ihn zu mir. Steh auf, Waldläufer! Okay. Was ist... Hey, wer ist das, Alter? Vielleicht kommt es zu unserer Schwester. Ihr werdet ihn nicht bekommen. Was? Das Dünn ist einfach geketerd. What the fuck? Mein Herr, ich habe den Palantir und wir haben den neuen Ring gefunden. Er ist mal der Spinner. Du hast mir gut gedient. Minas Morgul ist dein. Nun, bring mir Celebrimbor's Ring. Und was soll mit Kankra geschehen? Entzende die Nars Kuhl. Sieh alle. Das war jetzt meine Mission. Ich könnte mir echt vorstellen, dass das jetzt der erste Ak war. Mal gucken. Guck mal, was jetzt passiert. Wahrscheinlich das zweite Akt zu Kankra beschützen oder sind dabei, wenn Kankra stirbt. Und hol uns an den Ring. Und hol uns an den Ring.